Erik Janicki baut 20 Kilo Muskeln in einem Jahr auf. Das werde ich auch. Jonny Münster mit einem neuen YouTube Video. Let's go Freunde. Kennt man den Erik? Der nächste oder übernächste Vlog von Jonny wird übrigens mit mir als Gast sein. Das wird lustig. Mit kleiner Überraschung. Mit Erik am Start. Und Erik wird sich mal ganz kurz vorstellen. You can introduce yourself. What's up guys, my name is Erik Janicki. I'm not going to be speaking any German. I wish I could. But I'm going to be putting your man here through a great workout. We're going to do some trend after. It's going to be great. Wait, what? What? He didn't even catch that. No trend for this guy. Okay, and he wanted to destroy my legs today. Er will mich jetzt heute zerstören. He trained like last week. Und es kommt mal ein Formcheck, Freunde von Jonny Münster auf meinem Kanal. Hab ich auch ganz vergessen. Ich hab noch voll die geilen Videos im petto. Merke ich gerade. Die kommen bald. Alle online. Könnt ihr euch freuen. Valentin Semmler Formcheck, Valentin Semmler Verhör. Steve Bentin Verhör. Jonny Münster Posing. Gut. Ich hab gut vorgearbeitet vor Posing. Larry Wills. Larry hat gesagt, er hat den besten Hypertrophie-Workout für die Beine. Larry Wills sagt, dieser Kollege hat den besten Hypertrophie-Workout für die Beine. Bin ich mal gespannt. Wie gesagt, so. So, I'm excited to see if I'm going to puke today. Wir sind jetzt hier gerade bei der Beinpresse und machen erstmal einen Stretch. Warum? Will er gleich auf jeden Fall erzählen. You're like a pro bodybuilder and you want to compete in this Olympia, right? And how long have you been doing that for? I didn't start competing until I was like 26. And then I went to WBFF, Pro Muscle Model and then switched over to IFBB. Now we're just trying to get huge. Okay. Yeah, I can learn from you. I can learn from you. Das weiß ich noch nicht, Elias. For my next steps, actually. The way I start my workout almost every time for legs is with a stretch on the leg press. So you put the plate all the way up. What that's going to allow you to do is get... Urs ist 8 Stunden von mir entfernt, mein Lieber. Da, wo er sich gerade befindet. More range of motion. Because obviously he has the bottom safeties. Als ob so alle in einer Stadt leben. Sobald Urs in Polen ist bisher zufällig, da, wo ich auch bin. Nein. So if you have the backplate back, it's going to disallow you from getting as much range of motion. With this we're going to have the feet placement about here. And we're going to point the toes slightly out. And then we're going to lift off on rack. And then... Find ich gerade sehr interessant, mir das reinzuziehen, weil Beinpress ist aktuell die einzige schwere Übung, die ich machen kann. And slow. And what you can do is let the knees clear the upper body. Yep. Like this? So that, yeah. Shoulda, shoulda, hold my side. Yeah, hold your butt down there. Use those backhandles, yep. We're looking to open up his hips and glutes because... I feel... Yeah. Because everything's interconnected. Also, they stretch at the beginning. Okay. No, I don't know. My dear. Lebensmittelpreise here are actually a bit cheaper. But here is also a lot cheaper since the Ukraine-Krieg. Of course, it's cheaper than in Germany. But not so much as before. Where you really say, man fährt nach Polen and spart da enorm, wenn man einkaufen geht. Was auf jeden Fall günstiger ist, is Fleisch. Das merkt man extrem. So, here you get a little bit cheaper. Here you get from the Theke. Ungefähr... What costs that? 5-6 Euro. You get a whole Kilo. Chicken-Burst. As a example. Benzin is minimal günstiger. 20-30 Cent. What's great is, V-Power is available in Poland at Shell. Every Sunday at the normal Super-Preis. That's great. You don't need this Smart-Card. This Smart-Deal. If you do it once a week with a full tank. If you need V-Power for your car. So a lot of times people say that their back will give out before their legs on a leg day. But it's mostly because you have tightness, hand imbalances in your glutes, hips, adductors. This is all connected through your lower back. So what I'm having him do, and you can see here, he's supporting his hands and he's opening up his hips. He's taking this, he's pushing this out. Okay, like this? Okay, exactly. So you can use your hands. Really good for mobility, right? The support on the foot plate. But it's more like, you should hold it on the legs, right? I mean... I mean, I can... Or you should... 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 Like, you can go 50%. You can like put it like 70% on the hands per second and then put it back on the leg. Okay. Back on the hands, back on the legs. And how deep should I go? This is where it's comfortable. You don't feel like lower back pain. You feel just the everything opening up. And they'll continue to do so. Yeah, it's here actually. And also, what you can do is push it up, clear it for a second. Let it relax and then go back into another stretch. So then you kind of like, let that... Because you're just starting to get like some lactic acid build that holding that stretch for so long. So the reason we want to do this too... It's going to be emulatory of what we want to do once we start to train because... We want to train in big range of motion because... What we want to do is achieve... It's an interesting guy. I like the army coaches and so on. I like the army coaches and so on. I like the American podcasts. From Ford Abiyat. There were always really cool things with Jack Nichols or so on. It was really cool. 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 It was called stretch mediated hypertrophy. So they've shown that you get just... I don't like that. Thank you for that. But my dear. This is how much hypertrophy. By stretching the muscle. So let's say on a back workout being here... You'll get... You'll get... Of course they are cool. The only the words they speak English. That's just how they speak English. That's just how it sounds like. Under load, you get a lot of hypertrophy from stretching. Same thing with your quad. If you get that big flexion... And you... Yeah, but also the legs of the guy. He doesn't like the ass. Stretch the tissue in your quad under force. And hold that stretch. You're going to get hypertrophy from that. Nice. Okay. So get used to it, you know? Nice. This T-shirt is mine. Soon it will be available. Here, my dear. I'll show you once again for the viewers. This is the end here. This is one of my merchandise T-shirts, which will soon come out. And then drive out. Six games. He makes his first sentence. Seven plates per side. And I've noticed after my first sentence, from the 11th of the day, I've noticed that... ... 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 Ja, das ist gut, 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 gut. So, 3 mehr Plates? 4, 5, 10 mehr Plates? Each side? Wo seid ihr zehn Platt mehr? Ihr könnt es walken, oder? Wir sind gerade gerade, oder? Wir sind echt fette Klopper. Wir werden unsere Legs compare nach dem Workout. Nice. Pause. Drive. Okay. So, slow. Two more inches up. There you go. Yep. Let's go, baby, come on. 9, 6, 1, 12. Yeah, go. I got you, I got you. Yep. No more depth? That's perfect. I'm right here. Das weiß ich nicht. Er hat zu mir gesagt, nein, noch nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich denke, der hat schon angefangen. Keine Ahnung. Habt das irgendwie im Gefühl. Er will uns hier ein bisschen was noch ein bisschen vormachen. Was aber für mich keinen Sinn ergibt, wenn der eh schon in seinen Videos offen und ehrlich gesagt hat, dass er damit bald anfangen will, ne? Jetzt habe ich dir ca. 50% auf dem Boden bekommen. Das war auf jeden Fall schön. Ich denke, ich werde nur noch ein paar Pläte machen. Einer Seite nach dem Set. Das war gerade von der Seite ein bisschen aus die Regan Grimes. Mit dem Bart, mit der Frisur. Oh ja. Okay, great, 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 great. Und dann. Up. Yes. Oh ja. Yeah. Yeah. Up. When do you want to compete again? When is the time? July. I ended it last weekend in July. So like two months? Two, four months. Four months. July, yeah, yeah. Am Ende von Juli wieder nochmal. You want to go to Vegas? Like which competition is it? It's called the Nationals. The Nationals, okay. Do you already know who is going to come? Or the USA is what it's called, USA. Do you know already who is going to come? No. I don't like to look it up. You don't like it? I don't like to look up. Würde ich auch nicht machen. Gar keine Gegner angucken. Nein, Fausaufgaben machen und Gas geben. You want to compete against yourself, right? Yeah. Also hier kommen jetzt langsam die Ader raus. Ist grad nicht angespannt oder so, aber jetzt kommen sie langsam raus. That was a great rap. Der sieht aus wie der Wendlaufstoff. So ein bisschen schon Ähnlichkeit, ne? Three, four. Slow. Yep. I got you. Push. Six, seven, nine, seven. One more? Yeah. Das gab es vorher gar nicht. Dieser Schnitt hat sich voll etabliert, ne? Mit diesen halben Wiederholungen rein cutten. Das war ein schlechtes Adi. Oh! Ich habe auch gesagt, beim Formcheck tatsächlich, Schwachstelle bei Johnnys Körper sind auf jeden Fall die Beine. Hier sieht man es, finde ich, auch deutlich. Also da fehlt echt an Fleisch. Da muss er dran arbeiten. Das war ein bisschen. I'm coming for full. Yes. Ah. Down. Yeah. Come on. Last set. Good. One. Come on. Two. And. Three. Good. Yeah. Come on. Fuck. Yeah. The face is popping. Come on. Keep the blood flowing. Come on. And. One. Come on. Two. And. Three. One. Yeah. Two. You want some EAs or like a pump? You got it? Yeah. EAs right now a pump. EAA. Carbs. Carbs. 50 Grams. 50 Grams of Carbs. Okay cool. Guys if you need supplements, go call Tony or Anne. You're gonna be surprised. The best is sub dealer that he is. Okay. I go from right side directly. Just take a little sip. Yeah, go for it. Cheers. One hour. LAC day. For our LAC day. Oh, that is your form or what? Kras. Yeah. Boah, Junge, was hat er denn für ein Gluteros? Ja, Poseidon, äh, nee, kommt nicht. Gold, Gold und Warlegs, schreibt mir einfach bei Instagram. Ja, das ist was ich erwartet. Das ist was ich erwartet. Nichts weniger. Nichts weniger, für real. Wir haben das Pendulum. Pendulum-Squat. Wir werden das. Pendulum. Boah, die habe ich auch bei mir im Gym. Die neue von Gym 80 und ich kann die einfach nicht machen. Mein Knie streikt. Ich würde die so gerne machen, Mann. Es ist called Pendulum, so it's like, have you ever seen like a catapult? I have a catapult. Ah, yeah, yeah, yeah. So, see how it's counterweighted. So, a normal hack squat is on a... Aber geil, so ohne Technik, wie der das macht, ist richtig geil beim Beintraining. Da habt ihr Schmerzen, Digga. Track like this. Yeah. This is on a hinge, so it goes like this. Und Verletzungsrisiko ist sehr, sehr gering, weil die trainieren ja nicht mit krassen Gewichten, ne? This is the counterweight. Because of that, the heavier you go, this thing feels like a million pounds. This one, we're really trying to, you'll see how deep I get. Same thing, we're trying to get that big flexion and get that extreme range of motion. Yeah. It's going to engage a lot of glutes and a lot of quads out of the bottom of the rep. So, I'll show you guys this one. Let's see what you got. Let's see what I got, bro. Yes, that's a rep right there. Back you go. I'm here. Richtig ass to the grass, Alter. Jim here is super. You have to be careful with the lower back. So, when the lower back starts to roll off, then go up. Then don't start, go, don't keep going out. Go down where you can keep. The lower back planted on the pad. Right about there, yeah. That's why I noticed, you start to roll off. Yeah, that's good. You're getting it. The pendulum I don't have here. I know, but I have it in Wuppertal from Jim 80. Mega geiles thing. She has also Sepp at her in the Evo Gym. A really cool device. We don't have many, many gyms. Yeah, I got it now. See everything firing like that? It's not a crazy amount of weight. I feel it here and here. Yeah, but see how specific he's being with the tempo and the form. He's getting so much more out of it than putting 245s on there and just going half reps really fast. Mental just as much as physical with this type of training. Yeah, dude. Really nice. Wow. Wait a second. I have to open myself. So, I see you hold it. There you go. Then I completely done. All right. I'm just 145. Keep it up. Done. Let's just do it. The guy is a fucking idiot. At the beginning he didn't look like that. Why do I not know him? Two places for one more Sunday. I might go up. Let's go right on his side. Let's see what he has so many pictures. About that. Zatake, yeah. You said something. That's right. We're doing one plate. One whole plate. Oh my God. Oh my God. New world record. New world record. Yeah. Nice. Ah. Nice. No. I got two more. You got two more, eh? Oh yeah. Oh yeah. Great set. We have a little under-rücken-schmerzen. We have done two days. We have done heavy rolls. So if you do this exercise, do not go so deep. Don't go too deep. Otherwise... Runter-rücken macht da irgendwann zu. Wenn die runter geht, anstatt dass die auf die hinten bleibt, fängt sie an der Arsch abzukippen. Und das ist dann scheiße. Und da ist dann schlechter Druck drauf. Und die wollen natürlich vermeiden. Yeah. Das Elböse, too. Niklas, are you ready? Puts pumps. No, no, wait for it. We got like, we do now like a timer. Time set. So what we're gonna do is instead of counting reps, we're gonna do time. No time set. Okay, what passiert jetzt hier? Stopping at the bottom of the rep. You can stop at the top and squeeze, but you can't stop at the bottom. So no resting. So you want to pick a weight that you can do for 60 seconds. And we're gonna go basically straight through. So, wer soll ich denn wissen, welches Gewicht ich 60 Sekunden lang bewältigen kann? We got 20 seconds. It's gonna automatically do it. So go between your weight. You're gonna put your weight, sit down and you're gonna start your set by the 20. Then you'll have a minute. And then I'll have 20 seconds. So basically you get a minute on and a minute 40 rest. Paco hat gut reagiert, ne? Richtiger Wachhund, digga. Fängt da auf einmal an da zu knurren. Ich hab noch nie erlebt. Was ist los, digga? Hast du hier fein bewacht? Ja, supi. 20 seconds Transition for both people. And then a minute for the other person. So basically you're getting a minute on. A minute, basically a minute and a half off. A minute and a half off. Okay. So with these, I'm pulling my butt down using my hands so I can keep the tension in the quads as much as possible. Big hold. Slow on that eccentric. Big stretch. So we're trying to stretch the quads underneath and then drive out. Hold. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. One pump. I'll do like 72. The half maybe? Half. Half, yeah. Hold slow. Oh. I'm just full up. I'm just full up. I didn't understand anything from this sentence. I have to hope to show you that it's just right now. I'm just going to show you that it's just right now. Good. Nice. Good. Let's see all that development through here. All the engagement. There it is. Come on. Oh, we're just having fun now. Yeah, I love it. Let's spot him here. It's good. I think it's good. Okay. Nice. Coming. Coming. Bye. Bye. mit einem anderen Hund und der wusste halt nicht, wer da ist. Aber als ihr dann gesehen habt, wer da ist, ist der direkt mit dem Hund hier gerade auf dem Hof eine Runde am Sprinten gewesen. Der Satz sieht echt intensiv aus, Freunde. Revoke 2, danke dir für das Prime-Abo. Also da sind Schmerzen. Man kann sich echt am Beinstrecker komplett auseinandernehmen. Das geht so leicht, man mit ein paar Intensitätstechniken richtig easy. Weil ich bei Jonny gemerkt habe, der Typ hat richtig Spaß am Training. Der lacht einfach, der grinst, während er einen Satz macht. Das habe ich ihm auch gesagt als Witz am Trainieren, weil ich habe jetzt erst mal mit ihm trainiert. Junge, warum bist du die ganze Zeit am Grinsen? Er meinte, ich mag das, mir macht das gerade Spaß. Als Anfänger kannst du es auch machen, aber ich würde mich erst mal auf die Übung selbst konzentrieren, einfach damit du die Übung perfekt drauf hast. Ich denke mal Open Bodybuilder nehmen auch noch ein paar andere Substanzen mehr. White Classic auch schon, da wird auch schon viel konsumiert, glaub mal. Er kriegt einfach Pump im Bizeps vom Beinstrecker. Was ist das denn? Hier sieht man nochmal richtig die Beine, dass die wirklich untergehen bei seinem Oberkörper leider. Die sind gut in Form, aber da ist einfach zu wenig Fleisch. Das macht deine Kälte so groß. Ja, weil die Waden werden gegen das Polster gepresst. Normal sehen die dann so fett aus. Urs, safe. Der könnte, glaube ich, wirklich in der Offenen mitmachen. Ich habe den letzte Woche in Berlin im Bunker getroffen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Der sieht gottlos aus. Der sieht mit den 125 Kilo gerade so krass massiv aus. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Richtig krank. Barky Handball. Wow, mein Mann. Boah, asoziale Übung, ne? Yes, down. Down. Down, now go. Yes. Sissy Squat Variant. So, wenn du das in deinem Gym hast. Eine sehr coole Sache ist, dass du es unter der Smith-Maschine schlappst. Der Grund, warum das sehr gut ist, dass du nach dem Barsch fliehen kannst und es nicht mehr geht. Mit einem Sissy Squat musst du meistens fliehen. Mit einem Sissy Squat musst du meistens fliehen. Das ist eine richtig geile Variante. Aber hier kannst du festhalten. Du kannst mehr Pressure in den Quads. Was du machst, ist er zurück. Und normalerweise fällt er zurück. Aber wegen dem Barsch, kann er super tief nach unten gehen. Die sind sogar krass. Die Sissy Squats ohne Gewicht. Einfach mit Halten. Ganz am Ende zum Auspumpen. Auch brutal. Du bist in dieser Position. So viel Pressure auf den Quads. Es ist sehr isoliert, oder? Ja. Du kannst sagen, dass dieses Squat-Exercise ist wie ein isoliertes Squat. Ja, genau. Ja, genau. Come on. Beinburger stehen wahrscheinlich. Ich komme hinter dir. Komm. Es klingt jedenfalls schlecht, wenn ich sage komm. Ich komme hinter dir. Komm. 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 Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, so feuert man keinen an dem Gym, oder? Meine lieben Freunde, wir machen jetzt noch ganz kurz Baden. Ein, zwei Sätze, glaube ich. Und dann sind wir durch. Machen dann natürlich noch ein paar Skits. Und ich sage euch, dieses ganze Gym hier ist einfach wirklich unglaublich. Die ganzen Geräte sind Kammer. Ich kann mir echt nur empfehlen. Wenn ihr in L.A. seid in L.A., einfach abchecken. Das ist auf jeden Fall nice. Wenn ihr in L.A. seid, dann sprech doch Eric an. Talk to him. Don't talk to me, I'm a psychopath. You can trust him with that. He's going to come inside you. Der Oberkörper ist bei Jonny wirklich gut ausgeprägt. Das sieht auf jeden Fall nice aus. Aber beide, da muss der auf jeden Fall Gas geben. Push against our sweep. There you go. Ja. Now move the side chest. Ja. There it is. Don't collapse. There it is. Perfect. So, liebe Freunde. Das war's auf jeden Fall mit dem Leg Day. Mit dem lieben Eric. Was crazy to train with you. Und ihr könnt auf jeden Fall was mitnehmen. Try this workout. Try to get the depth. Like to get deep down. Figure quads. Do the stretching exercise. We call it stretching exercise right now. Oh, der war schön. Schade. Schon weg. Hope that it was informative for you. Don't forget to like, comment and follow. And us and this channel. I know. Let's go. See you soon. You buddy. Johnny Cock out. Das war's Freunde. Geil. Ich find cool, dass Johnny jetzt einen YouTube-Kanal hat und da auch Gas gibt und sich Mühe gibt. Und das war, finde ich, ein geiles, informatives, kurzes, knackiges Beintraining. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, abonniert unbedingt diesen Kanal. Schaut auf jeden Fall auch bei Twitch vorbei. Dort sind wir dreimal die Woche live um 20.30 Uhr Montag, Mittwoch und Freitag. Und falls ihr mich supporten möchtet, könnt ihr auf jeden Fall ab sofort bei OACE vorbeischauen für schöne Streetwear oder auch für die Kleidung fürs Gym. Oder bei eseng.com. Da könnt ihr euch immer mit meinem Rabattcode WILLIAM ebenfalls im besten Deal sichern. Beispielsweise auf dieses leckere Designer Whey Protein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.